Vor 2000 Jahren wandte sich der schwarze Ritter Spada gegen seine Dämonenbrüder und stellte sein Schwert in den Dienst der Menschheit. Er hat mutige Taten in unserem Namen vollbracht. Dennoch fürchte ich, dass manche sein großes Opfer vergessen haben. Falls die Ereignisse jener schrecklichen Zeit das Verschmelzen vom Dämonenreich und der Menschenwelt sich wiederholen sollte, können wir schwachen Menschen uns nicht gegen die Unterwerfung verteidigen. Ich flehe euch an, vereint euch und betet, dass wir beim Anbruch einer neuen dunklen Zeit des Chaos Schutz bei unserem barmherzigen Erlöser finden. Laschet uns beten! Nero, was ist los? Ich bin raus hier. Aber es ist noch nicht vorbei. Das Gepredige ist zum Einschlafen. Ich bin raus hier. Wir wollen die Ereignisse. Ich bin raus. Euer Hochwürgen! Nein! Kredo! 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 Geh mit deinem Bruder sofort raus hier! Ich werde mit Hilfe wiederkommen! Du wartest bis dahin hier! Wer es glaubt, wird sehle! Geh mit deinem Bruder! Ja! 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 Deine verdammte Vorstellung von Fairness beginnt allmählich mich anzumessen.